Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Meilinger. Was darf's denn heute sein? 53 Krapfen, bitte. 53 Krapfen? Und eurer Frau nimmt uns gar nicht mit. Bitte? War bloß ein Scherz. Wir haben ja Faschen, gell? Soll es eurer einpacken? Nein, ich nehm so. Das war auch ein Scherz. Bitte einpacken. Jawohl. Na, ärgern Sie sich auch manchmal über schlecht durchdachte Verpackungen? Nein, ich mach immer so ein Gesicht, wenn ich fröhlich bin. Bei der Bäckerei Wamplinger wäre Ihnen das nicht passiert. Was? Wie heißt die Bäckerei? Wamplinger. Beste Backwaren. Genial verpackt. Ja, dann schauen wir doch einmal hin zu der Bäckerei Wamplinger. Schönen Tag noch. Wiederschauen. Danke. Wiederschauen. Bäckerei Wamplinger. Gutes Gebäck und smarte Verpackungsideen. Schönen Tag noch. Schönen Tag, zwei putty. Schönen Tag, zwei putty. Schönen Tag, zwei putty. Schönen Tag. Stark sind besessen. Wi-Bes orientaliert. Schönen Tag, zwei putty. Schönen Tag, zwei putty. Jos mal planen, älter. Untertitelung des ZDF, 2020